Fitness mit Marc, Folge 95. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er liebt es mit seinem Vater über Autos zu fachsimpeln. Marc Maslow. Heute geht es um 4 Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du mit dem Fettabbautraining anfängst. Bis gleich. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathonfitnessgemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die 3 Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com. Heute geht es um Fettabbautraining. Was regt eigentlich unseren Stoffwechsel an? Wir haben in vielen der letzten Folgen schon über den Stoffwechsel gesprochen und über das, was deinen Kalorienverbrauch erhöhen kann. Und jetzt fragst du dich vielleicht, das sind ja alles tolle Tipps, Marc, die du hier mitlieferst. Aber wie maximiere ich denn nun meinen Kalorienverbrauch, ohne dabei den Verstand zu verlieren oder ins Trainingsburnout zu rauschen? Lass uns die Lösung heute noch einmal aus einer etwas anderen Perspektive betrachten, anhand vier einfacher Fragen. Erinnern wir uns kurz. Was regt eigentlich den Stoffwechsel an? Und darüber hatten wir eine ganze Folge und die möchte ich noch mal kurz rekapitulieren, denn das ist schon ein bisschen her. Das war die Folge 34 und dort hast du gelernt, dass der tägliche Kalorienbedarf sich aus insgesamt sechs Elementen zusammensetzt, die du allesamt beeinflussen kannst. Die sechs Elemente sind dein Grundumsatz, deine Verdauung, wie viel du dich im Alltag bewegst, richtiges Krafttraining, Kardiotraining und last but not least der Nachbrenneffekt. In Folge 34 erfährst du mehr über die einzelnen sechs Bausteine, die ich dir gerade genannt habe und wie du die erhöhen kannst. Und wenn du dir das Ganze mal vorstellst, wenn du vielleicht diese sechs Elemente dir als Lego-Steinblöcke vorstellst, die du aufeinander stapeln kannst, dann suggeriert dieses Bild, dass die Sache mit dem Kalorienverbrauch einfach ein reines Zahlenspiel ist. Und du kannst die einzelnen Blöcke vielleicht größer machen oder kleiner und so dann deinen Gesamtverbrauch erhöhen. Und in einem gewissen Sinne stimmt das auch. Denn wenn du Fett abbauen willst, dann darfst du für ein Kaloriendefizit sorgen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie machst du das? Welcher Weg ist am effektivsten? Welcher Weg ist am effizientesten? Welcher Weg bringt dir am meisten Spaß? Und welcher Weg lässt dir den größten Spielraum? Oder kurz gesagt, welcher Weg Weg ist der leichteste für dich? Und das ist die Gretchenfrage. Die Antwort ist, wie so häufig, kommt drauf an. Nun, es kommt auf dich an. Wo du im Moment gerade stehst, wo du hin willst, was du gerne tust und was du überhaupt bereit bist zu investieren. Einige Menschen machen hier an dieser Stelle den Fehler und legen ohne Sinn und Verstand los, verwenden Trainingspläne aus dem Internet und brechen nach einigen Wochen frustriert ab. Ein Trainingsplan ist wie ein Kleidungsstück. Konfektionsgrößen sind erstmal okay, aber deine Größe sollte schon zu dir passen. Du solltest deine Größe auch kennen. Und an der Stelle wirst du oft alleine gelassen. Welcher Trainingsplan ist eigentlich der richtige für dich? Und da greifen wir in dieser Folge an. Hier sind vier Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du ins Fettabbautraining einsteigst. Und es geht hier weniger um einen starren Trainingsplan, sondern um etwas viel Grundlegenderes. Es geht um vier Faktoren, die darüber entscheiden, ob dein Trainingsprogramm wirksam ist oder eben nicht. Okay, los geht's. Erste Frage. Wie effektiv ist dein Training? Nehmen wir an, du würdest alle anderen Einflussgrößen konstant halten. Dann wird Fettabbau zum simplen Zahlenspiel. Je mehr Energie du verbrauchst, desto mehr Fett baust du ab. Und hier gibt es ein unsichtbares Skript, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Das ist der Mythos der sogenannten Fettverbrennungszone. Demnach solltest du mit einer niedrigen Intensität trainieren, um mehr Fett beim Kardiotraining zu verbrennen. Vielleicht kennst du diese Grafiken, die sind manchmal auf Kardiogeräten drauf und dort sind verschiedene Zonen dargestellt. Unten mit niedrigerer Herzfrequenz bist du in der Fettverbrennungszone. Wenn du dich dann mehr anstrengst und deine Herzfrequenz steigt, dann bist du irgendwann in der Ausdauertrainingszone. Wenn du dann noch mehr Gas gibst und noch mehr ins Limit gehst, dann bist du irgendwo in der Gefahrenzone und da wird es dann gefährlich. Ja, und solche Grafiken, die führen dich relativ schnell in eine Falle. Es stimmt, dass dein Stoffwechsel bei niedriger Intensität anteilig mehr Fett zur Energiegewinnung heranzieht. Viele Menschen machen dann aber einen Denkfehler, weil sie Anteil und Absolutwert verwechseln. Wenn du Fett abbauen willst, dann sind die anteilig verbrannten Fettkalorien zwar interessant, aber sie sind nicht ausschlaggebend. Das, was wirklich zählt, ist der Absolutwert, also die Gesamtmenge an Speicherfett, die dein Körper zur Energiegewinnung heranzieht. Und wenn du mit höherer Intensität trainierst, dann verbrennst du zwar anteilig weniger Fett und mehr Kohlenhydrate, aber weil dein Kalorienverbrauch insgesamt deutlich höher liegt als bei entspanntem Training, verbrennst du absolut gesehen eben trotzdem mehr Fett. Das heißt natürlich nicht, dass du intensiv trainieren musst, wenn du Fett abbauen willst. Aber genauso wenig heißt es eben, dass du in der Fettverbrennungszone trainieren musst. Lass uns das ganz simpel halten. Du kannst dir alle Kalorien, die du an einem Tag verbrennst, als einen großen Energiepool vorstellen. Und dein individuelles Kalorienverbrauchsmaximum, das hast du dann gefunden, wenn du zwei Dinge erreicht hast. Erstens, du verbrennst jeden Tag so viele Kalorien wie möglich. Und zweitens kannst du dein Bewegungspensum jeden Tag problemlos wiederholen. Wenn du willst, für einen unbegrenzten Zeitraum. Natürlich ist dieser Energiepool nicht alles. Vermutlich willst du nicht unnötig viel Zeit ins Training investieren. Und das bringt uns zur zweiten Frage. Wie effizient ist dein Training? Das effizienteste Training ist das Workout, das die meisten Kalorien pro Zeiteinheit verbrennt. Ein Training mit niedriger Intensität, zum Beispiel Walking, verbrennt genauso sicher Fett wie ein hochintensives Intervalltraining, zum Beispiel Intervallsprints. Aber Sprints sind effizienter. Das heißt, wenn alle anderen Einflussfaktoren konstant bleiben, müsstest du länger oder öfter walken, um den gleichen Effekt zu erzielen wie beim HIIT, wie beim hochintensiven Intervalltraining. Diese Effizienzfrage beschäftigt vermutlich die meisten von uns. Besonders dann, wenn der Terminkalender ziemlich eng gestrickt ist. Ich habe hier eine Faustregel, die dir dabei hilft, effizienter zu trainieren. Wenn du dein Training effizienter gestalten willst, dann kannst du die Intensität deines Trainings langsam erhöhen. Lass uns das mal an einem Beispiel festmachen. Du kannst jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Und das ist zweifellos eine effektive Maßnahme und eine gute Grundlage, um dein Kaloriendefizit zu erhöhen. Und jetzt gibt es viele Möglichkeiten, um die Intensität allmählich zu erhöhen. Vielleicht erhöhst du dein Gehtempo schrittweise. Vielleicht gehst du einen Teil der Strecke bergauf. Vielleicht bewältigst du mehr Widerstand, zum Beispiel, indem du einen Rucksack trägst. Vielleicht intensivierst du dein Cardiotraining sukzessive, zum Beispiel erst von langsam auf moderat und dann von moderat auf hochintensiv. Der Punkt ist der, jede noch so kleine Bewegung verbrennt Kalorien und alles ist besser als nichts. Wenn du die Effizienz deines Trainings erhöhst, dann liefert dir jede Minute Training bessere Ergebnisse. Effektivität und Effizienz. Das sind die ökonomischen Aspekte deines Trainings. Ja, und wären wir Maschinen, dann könnte ich hier einen Punkt setzen und die Folge wäre zu Ende. Das war's. Go for it. Sei effektiv und effizient. Ja, und zum Glück sind wir keine Maschinen. Daher gibt es noch zwei weitere Fragen und die nächste Frage ist vielleicht die wichtigste. Drittens. Wie viel Spaß macht dir dein Training? Ich habe mal eine Kundin im Coaching betreut, Anja, und die sagte mir, Marc, das Fett muss weg. Sie stand kurz davor, ihren Kleiderschrank neu ausstatten zu müssen, weil alle Hosen kniffen. Und das war für sie der Punkt, wo sie gesagt hat, so jetzt änderst du was, dass das reicht. Ja, und weniger als drei Monate später war sie begeistert. Marc, ich kann meine Bauchmuskeln sehen. Und da hatte sie gut vier Kilo Fett ab und Muskeln aufgebaut, die ihren Körper viel schlanker und definierter erscheinen ließen. Das Erstaunliche daran ist, dass sie auf das Cardio-Training im Fitnessstudio vollständig verzichtet hat. Anja ist Schweizerin, sie lebt im Schweizer Mittelland und sie hat das so für sich gelöst. Zusätzlich zum Krafttraining ist sie ganz häufig mit dem Rad ins Büro gefahren und hat das Auto stehen gelassen. Außerdem mag sie Hunde und ihre Nachbarin hat einen Hund. Und um den hat sie sich gekümmert, indem sie morgens und abends für 30 Minuten mit dem Hund spazieren gegangen ist oder sie hat ihn auf dem Rad begleitet. Hat sie dadurch eine Menge Kalorien verbrannt? Natürlich hat sie das. War es harte Arbeit? Ich schätze, das hängt davon ab, wie du Arbeit definierst. Es ist doch so, Hobbys, die dir Spaß machen, können oft die besten Kalorienfresser sein. Wenn du etwas findest, das effektiv und effizient ist und dir Spaß macht, dann hast du den Jackpot gewonnen. Und wenn es dir keine Freude macht oder zu extrem für deinen Lifestyle ist, dann wird jedes noch so effektive und noch so effiziente Trainingsprogramm früher oder später zum Showstopper. Und verstehe mich richtig, natürlich darfst du dafür arbeiten, natürlich darfst du dir Mühe geben, wenn du deinen Körper verändern willst. Aber für viele Menschen verschwimmt die Grenze zwischen Spaß und Arbeit, weil sie ihr Training so sehr lieben. Manchmal wird aus Spaß sogar eine echte Leidenschaft. Und damit komme ich zur vierten und letzten Frage. Wie viel Spielraum bleibt für dich? Und wenn ich von Spielraum spreche, dann meine ich damit das Prinzip der Progression. Progression bedeutet, und wir hatten das letztens schon mal in einer Folge über Krafttraining, Progression bedeutet, dass ein Workout, das dich heute noch fordert, allmählich leichter wird. Denn dein Körper passt sich an. Du wirst fitter und das sieht man dir auch an und das fühlst du auch. Und während du stärker und ausdauernder wirst, willst du weiterhin Trainingsreize setzen. Du darfst dich weiterhin fordern und in fortgeschrittenere Workouts hineinwachsen, wenn du weiter Fortschritte machen willst. Und das ist ein Kriterium für jedes gute Trainingsprogramm. Jedes gute Trainingsprogramm beinhaltet Spielraum. Es lässt dir Luft nach oben, damit du besser werden kannst. Und zwar mittels so vieler Variablen wie möglich. Nehmen wir mal an, du wärst auf einem Plateau gelandet und nichts tut sich mehr. Um ein Plateau zu durchbrechen, kannst du dein Training auf drei Arten verändern. Um deinen Stoffwechsel wieder anzuregen, um besser zu werden. Du könntest zum Beispiel intensiver trainieren. Zweitens könntest du häufiger trainieren. Oder drittens könntest du länger trainieren. Die Kalorienmenge, die du im Training verbrennst, ist, vereinfacht gesagt, das Produkt dieser drei Variablen. Also der Intensität, der Dauer und der Häufigkeit. Und natürlich ist es wichtig, dass du auf dem dir eigenen Niveau startest und von dort aus stetig Fortschritte machst. Und wenn du ins Internet gehst, dann findest du dort viele, viele Fotos und Interviews von Fitnessmodels und professionellen Athleten und den zugehörigen Trainingsplänen von diesen Athleten. Und das kann durchaus motivieren, sich sowas anzuschauen, aber es birgt auch eine Gefahr, die viele übersehen. Für Einsteiger kann es verlockend sein, die Pläne von Fitnessmodels einfach zu kopieren und dabei die eigene Leistungsfähigkeit völlig außer Acht zu lassen. Es ist eine gute Idee, dass du stets ein Bild deines Körpers, so wie du ihn dir in richtig vorstellst, vor Augen hast. Ein Bild, das dich wirklich begeistert. Aber dein Trainingsplan, der sollte für dein derzeitiges Leistungsniveau geeignet sein. Der sollte jetzt zu dir passen und er sollte vor allem Spielraum nach oben lassen. Sonst wäre dranbleiben, nicht nur höllenschwer, du würdest auch Verletzungen riskieren. So, was fängst du jetzt damit an? Wie findest du aus diesen vier Elementen dein individuelles Stoffwechselmaximum? Lass uns die vier Elemente von eben nochmal ganz kurz wiederholen. Wir haben gesprochen über Effektivität. Was ist der Effekt von dem, was du tust? Wir haben gesprochen über Effizienz. Wie gut setzt du deine Zeit ein? Wir haben gesprochen über Spielraum. Gibt es noch Luft nach oben bei dem, was du tust? Und als viertes über Spaß. Und ideal ist es, wenn du eine Lösung findest, in der du eine Schnittmenge von allen diesen vier Elementen findest. Wenn du Fett abbauen willst, dann ist eins von diesen Elementen besonders wichtig. Und zwar die Frage, wie effektiv ist das, was du jeden Tag tust? Denn Fettabbau ist an und für sich ziemlich simpel. Wenn du alle anderen Variablen konstant bleiben lässt und wenn du mehr Kalorien verbrennst, dann baust du mehr Körperfett ab. Hier sind nochmal ein paar Fragen, die dir dabei helfen, den idealen Weg für dich zu finden. Erstens, wie verbrauchst du mehr Energie am Tag? Es ist eine gute Idee, wenn du dir diese Frage zuerst stellst. Und Antworten auf diese Frage, die kannst du dir selbst überlegen. Und wenn du nicht weiter weißt, dann schau mal in die Shownotes auf marathonfitness.de schrägstrich Podcast, Folge 95. Und dort habe ich dir auch ein paar Antworten verlinkt. Zweite Frage. Wie verbrauche ich in kürzerer Zeit mehr Energie? Diese Frage darfst du dir stellen, wenn du einen vollen Terminkalender hast. Frage Nummer 3. Wie verbrauchst du mehr Energie und hast Spaß dabei, sodass es sich nicht so nach Arbeit anfühlt? Und das ist die richtige Frage, wenn Dranbleiben für dich ein Thema war. Und last but not least, wie viel Spielraum lässt dir dein Training für weitere Fortschritte? Du startest, du beschleunigst, du hebst irgendwann ab. Und es ist gut, wenn du etwas Puffer einplanst und nicht mit dem Best Case planst. Damit meine ich sowohl deine Zeitplanung als auch deine körperliche Leistungsfähigkeit. Wenn dein Trainingsprogramm auf Kante genäht ist und dir keine Luft bleibt, um dich zu steigern oder auf andere Dinge im Leben zu reagieren, dann ist Frust vorprogrammiert. Und wenn du jetzt die Folge gehört hast bisher, dann kannst du dir wahrscheinlich denken, dass es die richtige Antwort nicht gibt. Aber es gibt die richtige Antwort für dich. Und weitere Anregungen und Lösungsmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Und damit komme ich zum Ende für heute. Was regt den Stoffwechsel an? Das ist die Gretchenfrage. Auf der Suche nach der Antwort probieren viele Menschen Trainingspläne aus, die so gut sitzen wie ein schlecht konfektionierter Anzug. Smarte Dranbleiber zoomen erstmal heraus, bevor sie dann ins Detail gehen. Und smarte Dranbleiber bewerten ein mögliches Trainingsprogramm anhand dieser vier Fragen. Erstens wie effektiv ist es, zweitens wie effizient, drittens wie viel Spaß macht mir das eigentlich und viertens wie viel Spielraum habe ich dabei. Die Gewichtung ist individuell unterschiedlich. Die ideale Lösung ist die, mit der du Fortschritte machst, die sich für dich passend anfühlt und an der du dranbleiben kannst und zwar solange du willst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.